Ich habe neulich angefangen, jeden Tag eine Stunde zu meditieren. Das interessiert mich auch. Das ist echt interessant. Hm, das finde ich nicht so spannend. Are you with friends or known ones and talking on interesting topics? Want to show your interest or disinterest? Let's learn how to do that. Hello, everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In our summer special series, Deutsch im Alltag, we will be learning a lot of structures that you can use in your daily life in various situations. In today's video, we will be learning how to start interesting conversations or how to show your interest in German. Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, podcasts, transcripts, early accesses, early access to our videos and more. Sich für etwas interessieren. When with good friends or family or with people you just met on a train or in a bus, you're likely to start a conversation that's interesting. How to carry on with such a conversation? What to say when it's not interesting? Let's learn some expressions. Am Wochenende gehen wir wandern. So, this is how a friend mentions something and you find it interesting. Let's see the various ways in which you can react. Das interessiert mich auch sehr. Ach, das ist ja total interessant. Damit beschäftige ich mich auch. Oder Das mache ich auch sehr gern. Davon habe ich zwar noch nie gehört, aber das klingt extrem spannend. Oder wirklich spannend. Oder sehr spannend. oder total spannend. Oder richtig spannend. Für solche Dinge kann ich mich total begeistern. Deine Idee gefällt mir. Darüber würde ich gern mehr hören. Erzähl mal. Also, da machst du mich jetzt neugierig. Erzähl doch bitte mehr darüber. Das ist echt interessant. Das nächste Mal würde ich gerne mitkommen. Das hört sich interessant an. Bitte halte mich auf dem Laufenden. Ich werde am Wochenende ins Freiluftkino gehen. Damit kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Das finde ich nicht so spannend. Tja, also, ich muss zugeben, das interessiert mich jetzt eher nicht so. Ich muss ehrlich sagen, für solche Dinge kann ich mich nicht begeistern. Es tut mir leid, aber Kino hat mich einfach noch nie interessiert. To show your interest in a particular conversation, it's not only important to use the correct expressions, but also important to have the correct body language. You can smile or nod, say hmm or ya to show that you are listening, understanding and finding it interesting. If you don't understand something, feel free to ask. Wie bitte? Let's look at an example. Mein neues Hobby? Tarotkarten lesen. If you have not heard of this before, you can ask. Wie funktioniert das? Oder Was ist das denn? Ich habe nie gehört. Meinst du damit, dass man Karten spielt? Ich verstehe das nicht ganz. Kannst du nochmals erzählen? Echt interessant, aber wie geht das? Now we will look at some sample dialogues. Enthusiastisch reagieren. An enthusiastic reaction. Habe ich dir schon von meinem neuen Hobby erzählt? Nein, hast du nicht. Erzähl mal. Ich drehe jetzt Beauty-Videos für meinen YouTube-Kanal. Das hört sich sehr interessant an. Wie funktioniert das? Das musst du mir mal auch zeigen. Hier ist eine andere. Hier ist eine andere. Wie geht es also? Und das kann auch öflich. Hast du Lust, mal mit mir zur Yogastunde zu gehen? Yoga tut wirklich gut. Hmm, lieber nicht, glaube ich. Damit kann ich eher nicht so viel anfangen. Muss ich so geben. Hast du es denn schon einmal versucht? Ich kann dir auch ein gutes Buch zu dem Thema empfehlen. Danke, aber ehrlich gesagt, das interessiert mich einfach nicht so sehr. Another example to show that you are not interested, but also pretty direct. Ohne Interesse reagieren und extrem direkt. Ich bin gestern in die Au-pair gegangen. Das war toll. Au-pair? Wird dir da beim Zuschauen nicht langweilig? Nein, überhaupt nicht. Also es tut mir leid, aber Au-pair hat mich einfach noch nie interessiert. All the Germans are seen as very direct. They usually remain polite in such situations and, if necessary, also lie a little so as not to appear impolite. Hope you enjoyed this lesson. Next video is coming soon. To practice what you have learned, become a patron free of cost and download a free worksheet from our page on patreon.com. All links can be found below in the description. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!